Oh. Es ist jetzt 8.19 Uhr und ich gehe los zur Schule. Es ist jetzt 8.25 Uhr und in 15 Minuten, ja, 20 Minuten bin ich eigentlich dumm, ja. Also in 15 Minuten fängt der Unterricht an und ja, ich bin so in 7 Minuten da oder so, I don't know. So Leute, es ist jetzt 13.40 Uhr und ich hatte fast 10 Minuten Schluss und ich werde jetzt eigentlich anrufen, weil sie mich auch angrüßen, also ja. Ich bin zu Hause und ich chille im Bett.